Manch einer wehnt sich auf dem rechten Weg, doch das Ende davon sind Wege des Todes. Auf den ersten Knopf kommt es an. Ist ein Anfang nicht aus Gott, kann es auch das Ende nicht sein. Jede Pflanze, die der himmlische Vater nicht eingepflanzt hat, wird wieder ausgerissen werden. Matthäus 15, Vers 13